Hallo zusammen, ich bin ein Lernender von der Dialog World und heute möchte ich euch zeigen, was ich alles in meiner Ausbildung erleben darf. Kommt mit! Im Kundendialog sind wir telefonisch für Anfragen, Reklamationen und Bestellungen für Kunden erreichbar. Speziell bei uns ist, dass wir für viele verschiedene Unternehmen arbeiten. Neben telefonischen Anfragen haben wir auch ganz viele administrative Aufgaben. Wir bearbeiten E-Mails, Offerte, Reklamationen und auch Live-Chats. Wir sind für die ganze Postverteilung zuständig. Wir verteilen die IG in die Post an verschiedenen Teams und kümmern uns parallel um die ausgehende Post an die Kunden. In der Outbound-Telefonie gehen wir die Kunden an, das heisst ARF, gehen raus und kommen nicht rein wie im Inbound. Da werden diverse Verkaufsgespräche, Adresseaktualisierungen und Umfragen durchgeführt. Haben wir dieses Interesse geweckt? Dann bewerbe dich noch heute für eine Lehrerstelle bei der Dialog World. Wir freuen uns auf dich. Ey, gehen wir essen. Ich habe böse Hunger, Mann. Tschüss. Tschüss!